Eins, eins, zwei... Hallo? Kommen Sie bitte sofort meinen Kater! Der ist hoch auf dem Baum! Ja, weiß ich nicht warum! Ah ja, der kommt nicht mehr runter! Ja, bitte! Danke! Ja, tschüss! Jo Michi, kannst kurz kommen? Wieso? Was ist los? Wir haben Einsatz für dich! Echt? Mein Melder hat gar nicht gepiepst! Was ist denn los? Frag nicht, komm einfach! Zum Sportplatz? Okay, komm mal! Was? Das hab ich ja noch nie erlebt! Was soll denn das denn jetzt? Ach du Scheiße! Das geht wieder Kreuzweh! Ach!